Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen in der Versammlungshalle der Nachtwache und sollen einen gewissen Sir Godric aufsuchen, den wir hier haben. Godric Dawnhall. Ich weiß nicht, ob man den irgendwoher schon kennen kann. Aus der Sehre glaube ich nicht, vielleicht aus den Büchern, ich weiß es nicht. Oder ob der reine Erfindung des Spiels ist. Wir reden auf jeden Fall mal mit ihm. Bekanntschaft zu machen. Während Robert Baratheons Rebellion kannte ich einen Mann namens Morse Westford. Ein wahrer Hurensohn, den ich für den Tod meines Bruders persönlich verantwortlich mache. Ich hätte nicht erwartet, ihn an der Mauer anzutreffen. Halte deine Zunge im Zaum, Jared. Wir befinden uns hier im Territorium der Nachtwache. Vergesst eure Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Bitte verzeiht diese Unterbrechung, Sir Westford. Wenn ihr den Brief gelesen habt, wisst ihr sicherlich bereits, warum wir hier sind. Wie geht es eigentlich, John Arryn? In der Tat. Ich hatte gehört, dass John Arryn kürzlich erkrankt sei. Wie geht es ihm? Wir haben Königsmund schon vor geraumer Zeit verlassen, um in den Norden zur Mauer zu kommen. Wir haben seither keine Neuigkeiten erhalten. Doch wie wir den Lord über Hohen erkennen, ist es nur eine Lappalie. Er hat eine eiserne Gesundheit. Jeder weiß das. Ich hoffe nur, dass das Alter ihm nicht allzu sehr zusetzt. Nun gut. Ich denke, ich weiß, wo sich die Frau aufhält, von der John Arryn in seinem Brief spricht. Perfekt. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Lord Arryn schenkt sein Vertrauen nur Männern, die es auch wert sind. Dann sagt mir bitte, Sir, wo ist sie? Sie ist in Mullwarft? Die Informationen in dem Brief lassen vermuten, dass sich die Frau in Mullwarft versteckt. In Mullwarft? Das Dorf, durch das wir auf dem Königsweg gekommen sind? Ja. Um sich vor der andauernden Kälte zu schützen, haben die Bewohner einen unterirdischen Tunnel gebaut. Ich werde uns dorthin führen. Wir werden sie zweifelsohne dort finden. In dieser Gegend gibt es nicht viele Fremde. Wir werden die Dorfbewohner nach ihr fragen. Nun gut. Lasst uns aufbrechen. Halt! Es ist gerade ein Rabe mit einer Nachricht aus Königsmund eingetroffen. Dunkle Schwingen. Dunkle Worte. Was ist los? Gehen wir nach draußen, Moss. Ich möchte diese Angelegenheit nicht in der Versammlungshalle besprechen. Was ist los, Giro? Tja, also. John Arryn. Die Hand des Königs ist tot. Kenner der Serie wissen das ja bereits. Dass, ähm, John Arryn im Laufe der ersten Staffel, beziehungsweise am Anfang der ersten Staffel stirbt. Dies ist also keine Überraschung. Kapitel 4. Alles da. Drei Monate vorher. Eure Rückkehr nach Flussrat steckte voller unschöner Entdeckungen. Die Situation war noch schlimmer, als ihr gedacht hattet. Ohne einen Lord, der für Frieden sorgt, haben die Bewohner in ihrer Verzweiflung angefangen zu rebellieren. Euer Eingreifen konnte den Aufstand niederschlag. Den Aufschlag. Oh. Aber für wie lange? Schlimmer noch. Wenn ihr dem König keine Treue schwört, wird sich Flussrat bald in den Händen von Valar befinden, eurem machthungrigen, ehrgeizigen Halbbruder. Deshalb steht ihr jetzt vor den Toren von Königsmund, Hauptstadt der sieben Königslande, und das Herz der politischen Intrigen. Dort hofft ihr auch, euren Bruder Garvin zu finden, über dem die dunklen Schatten der Schuld für die Ermordung eures Vaters hängen. Bald wird das Licht der Wahrheit diesen Schatten vertreiben, oder das volle Ausmaß seiner Dunkelheit enthüllen. Der Wille des Löwen. Geht zu dem Haus des Sarwigs in Königsmund, um mehr über das Schicksal des Bruders Garvin zu erfahren. Wir sind ehrlich in Königsmund, wie cool. Und was hat Alistar für eine hässliche Frisur? Ist ja schlimmer wie meine. So, Inventar. Was haben wir denn jetzt für eine Rüstung an? So, leicht Rüstung von Alistar Sarwik. Das ist eine mittlere. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Kleidung eines roten Priesters. Das wäre eine leichte... Pff. Ja, ich lasse mal an. Passt doch irgendwie nicht zu Alistar. Die sind viel zu fett für den, aber naja. So, wen haben wir denn hier alles? Das meine ich doch mal. So eine Stadt, die man aus der Serie kennt, das ist doch cool. Und ich verlaufe mich, glaube ich, wieder. Hallo, der alte Ren. Guten Tag, Milord. Seid ihr zufällig, Lord Sarwik? Habt ihr etwas für den alten Ren? Nur eine Münze für einen verwundeten Veteranen. Ich erinnere mich nicht an dich, alter Mann. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe damals in Flussrat gearbeitet, Milord. Bei allem nötigen Respekt. Ihr habt ein paar Falten bekommen, euch aber sonst nicht viel verändert. Fragen wir erst mal, was er so über Königsmund zu erzählen hat. Es ist Jahre her, seit ich einen Fuß in die Hauptstadt gesetzt habe. Gibt es Neuigkeiten? Ein Lord wie ihr muss sich für den Roten Bergfried interessieren. Er ist da oben auf Aegons hohem Hügel. Dort werdet ihr König Robert und seine Königin Cersei Lannister ihren gesamten Hofstadt und ihre Ritter finden. Und dort passieren die wichtigen Dinge. Der Rest der Stadt ist für das gemeine Volk. Das sind Handwerker, die Besten im Reich. Und Huren, auch die Besten. Ihr könnt fast alles, was ihr wollt, in Königsmund finden. Wenn er mich kennt, hat er vielleicht Garvin gesehen. Du sagst, du kennst die Leute meines Hauses. Kennst du auch meinen Bruder? Ich bin hergekommen, um ihn zu sehen. Nein, Mealord. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Aber ich kenne seine Leute. Besonders Hubert, den Stallburschen. Er kommt in die Tavernen, um ein paar Bier zu trinken. Und dann erzählt er. Er hat gesagt, dass Lord Garvin vor längerer Zeit nach Flussrad zurückgekehrt ist, um seinen Vater zu besuchen. Und jetzt ist Lord Sarvik tot. Es gibt Gerüchte, dass euer Bruder nun wieder in der Stadt ist. Man kann sich aber nicht sicher sein, denn Hubert hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Man könnte meinen, dass er die Lust auf Bier verloren hat. Ich weiß genug. Hier, für deine Mühen. Mögest du im Licht von Rolore wandeln. Mögen die sieben über euch wachen, Mealord. So, ein Kupfer hätte ich ihn ja vielleicht ein bisschen mehr geben können. Ich meine, Alistair ist ja nicht schlecht betucht. Was haben wir hier? Einen Stall. Können wir was von den Pferden klauen? Ja, zwei Silber und elf Kupfer. Da haben wir unser Geld direkt schon wieder drin. Da kann ich nicht her. So. Hallo Wache. Oh, wir können. Ausbildungsbogen. Ähm. Hier sieht nochmal unser Inventar aus. Alles da. Ach, wir haben einen Säbel und einen einfachen Dolch. Der Säbel gegen mittlere Rüstung und der einfache Dolch gegen leichte Rüstung. Oder wie war das? Da muss ich nochmal eben mal wieder nachgucken. Äh, Schwerter. Ne, Schwerter sind gegen leichte Rüstung. Kurzklingwaffen gegen mittlere. Okay. Okay, ich hab verstanden. Feuer, Latrinen und auch noch die Flut. Wie könnte ich solch einen Ort vergessen? Hm. So, warte, hier kann man irgendwo rein. Wo geht's denn hin? Was ist denn da? Haben wir irgendeinen Händler? Sollen wir da mal reingehen? Ich würd sagen, ja. Hi. Und Tyrosch-Alkohol wird Scharns wieder so erstanden. Wasser stellt einen Teil eurer Energie wieder her. Nehmen wir mal den Mondblumensaft. Das ist das einzigste, was scheinbar... Mächst du das Mäß? Da stellt ein Großteil eurer Lebenskraft wieder her. Ne, wir nehmen mal... Wir müssten erstmal eine Piole kaufen. Uh, 25. Das lass ich glaub lieber. So, das ist der Händler, der da labert. Ich hab mich gefragt, wer da redet. Hm. Überall Bettler. Meine Güte. So, mach mal... die Tür auf. Dann haben wir hier... sieht nach einem Waffenhändler aus. Schmied in Königsmund. Ah, Kriegshämmer. So einen hätte ich gerne für... äh... Mors. Dolch. Ravosis. Was? Stilett. Äh. Zum Glück sind diese Waffen überhaupt nicht teuer. Wir sind ja auch in Königsmund. Da wollen die Leute halt was, äh... auch Geld für ihre Waren haben. Die schenken uns das nicht. Jetzt haben wir hier... Turm der Stadtwache. Bin ich in den Turm der Stadtwache? Warte, ich schau mich jetzt mal nochmal hier unten um. Wo geht's da entlang? Keine Ahnung. Und eine Hintergasse. Da kann ich nicht her. Jetzt hier. Westsoros, sag ich die. Wer hält den Eintrag? Renly Baratheon. Ah, Renly Baratheon fand ich irgendwie mal cool. Siegel der Erkenntnis. Stehe ich aber vielleicht relativ alleine mit meiner Meinung da. Ich glaube, der gehört nicht unbedingt so zu den beliebtesten Charakteren der Serie. War aber auch nicht so unbedingt lange bei der Serie. Da ist er, Beiler. Wie ich es gesagt habe. Gute Arbeit. Ich kümmere mich um ihn. Na, wo willst du denn hin, hübscher Junge? Ich sehe, dass das Halsabschneidergeschäft weiterhin floriert. Du sprichst hier nicht einfach mit ein paar alten Banditen. Man nennt uns die Schlitzer. So, jetzt wird Lord Sarvi ganz unauffällig mit uns kommen. Ich kann bei zu viel Krach sehr ungemütlich werden. Hm. Ich werde versuchen, sie zu beschwatzen. Ja, mal schauen, wie das gelingt. Die will einfach nur gucken, wie Alistair das macht. Wenn ihr wisst, wer ich bin, dann wisst ihr auch, dass ich einer adeligen Familie angehöre. Wenn mir etwas geschieht, wird die Stadtwache für den Rest eures erbärmlichen Lebens hinter euch her sein. Das erscheint mir ein hoher Preis für ein Kopfgeld. Sorge dich nicht um uns. Sobald wir das Kopfgeld haben, verfügen wir über mehr als genug, um die Stadtwache zu bestechen. Über welche Belohnung sprecht ihr? Du bist mit Garvin Sarvi verwandt, nicht wahr? Der Mann ist 100 Golddrachen wird. Ich sage dir, das ist sein verdammter Bruder. Er muss es wissen. Wer würde 100 Golddrachen auf den Kopf meines Bruders aussetzen? Das ist doch verrückt. Das war die Stadtwache, mein Hübscher. Niemand anderes. Dein Bruder wird beschuldigt, Lord Sarvik von Flussrat getötet zu haben. Ein verdammter Vatermörder. Ich verstehe immer noch nicht, was die Belohnung für meinen Bruder mit mir zu tun hat. Soweit ich weiß, hat niemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Vielleicht, aber du musst wissen, wo er ist. Wenn du es uns nicht sagen willst, werden wir überall erzählen, dass wir dich zu Brei schlagen werden, damit dein Bruder sich zeigen muss. Und dann haben wir ihn. Ach weißt du, der geht mir so auf und sagt, dem will ich jetzt auf die Schnauze hauen. Sie lassen nicht mit sich reden, das reicht. Gut, da man mit euch nicht vernünftig reden kann, lassen wir den Stahl sprechen. Das Licht von Rolore wird euch willkommen heißen. Genau. Sobald ich alle deine Zähne ausgeschlagen habe, wirst du mich anpflegen, dich zu deinem Gott zu schicken. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die... Ich glaube, der hier hat eine mittlere Rüstung. Deswegen nehme ich mal den Dolch. Äh, Alistar darf auch gerne angreifen, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Das ist da schnell wie eine Schlange. Ah, Flächenschaden. Das ist, glaube ich, ganz gut in unserer Situation. Ich habe nicht genug Ausdauer, um die Fähigkeit nochmal zu verwenden. Langsam kämpft Alistar dann bitte. Das ist ja grausam. So. Attacke. So. Oh, 73 Schaden hat er eben zugefügt. Also Alistar lässt sich ganz schön Zeit beim Kämpfen. Boah, schlägt deutlich schneller zu. Äh, ddddddddddd. Bin tot. Haha. Weiße. Regenerative Hitze. Mist. Da habe ich gar nicht auf... ...meine, äh... ...Gesundheit geachtet. So ein Scheiß. ist das ärgerlich ja drei monate vorher blablabla aber beim nächsten mal versuche ich erst die kleinen auszuschalten nämlich dann in groß zu ja toll jetzt bin ich wieder hier super bin doch dumm dumm wie tostbrot na super warte wo war da mir was dann war eben im schnelldurchlauf das ganze noch mal so der der scheiße bla 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 man kann sich aber nicht so weg mit dem feuer latrinen und auch noch die flut wie könnte ich solch einen ort vergessen keine ahnung aber ich habe meine lektion gelernt dann habe ich nicht ich bin nichts zum heilen ist das kostet viel zu viel ich muss nur mal im kampf meine lebensenergie ein bisschen genauer im auge behalten da gehe ich immer sehr leichtfertig mit um so einmal hier wieder die sachen mitnehmen immer alles mit neuer eintrag wenn die baratheon ist übrigens der kleine bruder von robert baratheon ich glaube da bin ich vorhin abgeschnitten worden bevor ich das sagen konnte ich speichere jetzt auch mal müsste wissen ob es nicht schnell speichert hat begibt müsst ihr noch mal nachgucken ja ich schalte jetzt in diesem moment werde ich meinen pc ausschalten das ist blablabla und dann schlagen wir sie direkt auf die schnauze durch das falsche opfer ausgesucht für solche spielchen habe ich keine zeit geht weiter ach ja ihr denkt ihr seid so gut für uns hoheit das problem ein hübscher ist dass du derjenige bist nachdem die leute suchen du wirst uns dabei helfen die belohnung einzustreichen welche belohnung was meinst du damit es gibt einen mann 100 gold drachen wert der verschwunden ist ein mann namens man könnte meinen dass er zu deiner familie gehört merkst du worauf ich hinaus will wer würde 100 gold drachen das war die stadt ich verstehe immer noch vielleicht wenn du es uns das kennen wir ja schon werden wir überall dort genau ich möchte gerne einen hiervon angreifen zur attacke die fallen nämlich wie die fliegen dann können wir uns gleich besser auf den anderen bei dem wechseln wir mal die waffe auf unseren deutsch angriff und das wäre vielleicht mal ganz gut leicht wie eine feder dafür dass er bewegungsunfähig ist bewegt er sich aber noch ganz gut aber was haben wir hier eigentlich flammenwaffe können wir ja mal machen dann richten wir ein bisschen mehr schaden wird alles da an und setzt sich mal die regenerative hitze also wir fangen an leben zu verlieren und bild wie ein wolf dann klappt das doch hier auch ganz gut so tot ist er falle in den stau was geht hier vor sich legt sofort eure waffen nieder im namen des königs verdammt goldrecke euch sehen wir wieder kleiner laut die schlitzer vergessen nie einen feind könnt ihr mir all dies erklären wie laut sagen wir das mal diese diebe haben mich angegriffen ich habe mich nur verteidigt ich habe euch nie zuvor in der stadt gesehen ser könnt ihr mir euren namen verraten mein name ist alistair sarvik jetzt verstehe ich warum ihr angegriffen wurde ihr seid der bruder des mannes dem man beschuldigt sein vater getötet zu haben diese geschichte hat durchaus für gesprächsstoff gesorgt ein hübsches kopfgeld ist auf euren bruder ausgesetzt und da die bevölkerung hunger leidet könnte das einige probleme für euch bedeuten haltet die augen offen ich danke euch für den hinweis wie auch immer eure angreifer sind wie die ratten geflüchtet habt ihr eine ahnung wer sie sein könnten sie nannten sich schlitzer sagt euch das etwas vielleicht ein paar nutzlose rohlinge und diebe die durch die kanalisation der stadt kriechten harmlose stolche größtenteils ihr anführer muss ziemlich gerissen sein nach all den jahren immer noch im geschäft zu sein aber früher oder später erwischen wir sie das könnt ihr mir glauben steinhammer das tut mir sehr leid für dich kann ich nur im moment auch nichts daran ändern erwarte ich gehe nicht in die richtung die ich gehen wollte ist es aber egal wo war denn noch mal turm der stadtwache da würde ich jetzt doch mal ganz gerne hin ach stellen wir noch mal eben den typen hier zu reden ist denn hier drin ach da ist ja der alte rennen zu mir hin schon wieder verwechselt du musstest also für sie ausschau halten nicht wahr da sie jetzt weg sind bist du ganz allein und du wirst die folgen deiner handlungen zu tragen haben bitte oh bitte milord ich hatte keine andere wahl genug deine lügen nützen dir nichts gnade glaubt mir dass ich beschämt bin milord ihr wart so gut zu mir habt erbarmen mit einem alten mann mit meinen gebrechlichen händen kann ich nicht mehr arbeiten wenn sich die gelegenheit für einen kleinen verdienst ergibt wie könnte ich dann nein sagen also wenn ich eins nicht habe dann ist es mitleid mit verrätern deswegen tschüss feuer läutert alter mann es hört nicht auf nur weil jemand darum bettelt genau wie ich weil wir uns einmal für ein bisschen gold verratet der macht es auch ein zweites mal da bin ich vielleicht etwas knallhart aber so ist das aber erst das reaktion fließt da sogar ein bisschen interessant weil in seiner stadt wollte er auf keinen fall da irgendwie leute hinrichten lassen einfach so und ja gut er hat ihn ja nicht einfach so getötet das muss man ja sagen ich würde gerne den turm der stadtwache und wie wiederfinden da gehen wir aber erst in der nächsten folge rein denn diese folge ist vorbei und ich sage tschüss bis zum nächsten mal wenn's wie heißt let's play game of thrones bis dahin macht's gut